Ja, wir sind da, ne? So. Namaste. Nein, du kriegst keinen Berührungstee. Oh, ähm, ich weiß nicht mal jetzt, was das dritte Wort ist, aber gut. Herzlich willkommen zum Montagsmaler. Und, äh, ja. Heute ist gar nicht Montag. Es ist gar nicht Montag, das ist zwar richtig, aber es ist egal. Wir werden trotzdem wieder viel Spaß haben und ich werde mich wieder über eure Englischkenntnisse lustig machen. Aber sowas mache ich natürlich nicht, ich bin ja ein netter Mensch. Das ist ein Fahrrad, vermutlich, aber das heißt nicht. Warte mal. Ist es ein Fahrrad? Nee. Das ist kein Fahrrad. Wir haben jetzt wieder kein Intro gemacht. Doch. Aber du warst irgendwie nicht da. Dann tut es mir leid. Ihr Faggot-Niggas. Shit, Alter. Was, 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 Grisseling? Ach, es ist, es ist doch ein Fahrrad. Ich habe es so falsch geschrieben. Ja, aber du sagst erst mal, die Leute kaputt lachen. Ja, was ist das dann? Was ist das dann? Oh, Kevin. Ich bin der beschissente Englisch-Lehrer, den ich kenne. Mann. Ehrlich. Probiert für sich. Es ist kein Fahrrad. Ach, es ist ja doch ein Fahrrad, während wir da sitzen und uns einen abraten. Dem der Englisch-Lehrer sich verschrieben hat. Ja, das, ich bin ja auch kein Gott. Ja, 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 ja. Geht dein Englisch-Lehrer. Oh, das ist richtig schön entspannt, wenn man hört, wie Baumir sich Tee einführt. Einführt? Oh, warte mal. Wie mache ich das denn jetzt? Ach, goddammit. Das ist ein Gefängnis. Bist du einen Fäger? Das hier. Ähm. Was soll das sein? Vagina. Book. Ich glaube, du hast sowieso noch zwei Sekunden. Ja, nee, das geht nicht. Bookcase. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Bookcase. Ja. Was zur Hölle? Was sollte das am Anfang sein? Ja, ich wollte die Bücher irgendwie sehr theatralisch darstellen. Das war zu lang. Das war ein Bücherregal zuerst. Das ist aber dann, äh. Du, das, du Mann, von Buchmalz. Warum hast du dein ersten Regal? Ja, Mann. Das ist ja... Ich bin Thor! Gott. Könnt ihr beide wirklich nicht... Seid ihr behindert? Seid ihr wirklich behindert? Naja, es ist ein Blitz. Blitz heißt Lightning. Ja, was ist Thor? Kevin. I am Thor! God of Lightning! Nein. Nein. Ja, na und? Außerdem, Kevin, wie willst du... Ich hatte sechs Sekunden, da habe ich halt Lightning schnell geschrieben. Kevin, wie willst du denn bitte Donner malen? Das ist nicht wie du Donner malst. Aber wenn du Blitz malst, schreibe ich zuerst das Wort für Blitz. Ist ja wohl klar. Nein, ich schreibe immer erst Funder. Okay. Weil Funder war viel stärker als Blitz im Pokémon. Blitz war irgendwie total nutzlos. Das ist, glaube ich, Moses und sein Kumpel, die die Zinke tragen. Es ist halt scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Ding malen soll. Warum wählst du es dann überhaupt aus? Weil die anderen auch irgendwie komisch waren. Ich weiß, was es ist. Oder? Ähm. Wirklich? Doch, ich weiß es. Oh, warte mal. Ich glaube... Was? Ah, ja, ja. Alles klar. Das ist so easy, Mann. Das ist so easy, Mann. Ihr müsst einfach... Sag mal. Ihr seid einfach nicht auf dem Skiller vom Yolos Vaginator. Das ist hier das Problem, Mann. Das ist das Problem, ne? Natürlich. Und wenn ihr nur mit dem Yolos Vaginator mithalten könntet... Aber nein. Nein. Keine Chance. Keine Chance. Ist das Haus von Nikolaus? Vermutlich. Serious? Really? Come on! Okay! Ich komme mir jetzt ein bisschen fast vor. Also... What? Are you even trying, Nico? Are you even trying? Was? Das war das vierte Random-Wort. Ich habe... Ich habe wirklich das Random-Wort abgewartet. Das war das andere. Keine Ahnung. Klettern? Ich meine, wie willst du Klettern malen? Ähm... Mountain... Penis! Ah! Ha! Haha! Ha! Ha! Das habe ich halt nicht mal hingeschrieben, aber danke dir. Voll in Ordnung. Was ist das denn? Der Controller, Mann. Ihr Nigger. Ich habe Game Controller geschrieben. Das hat son als Controller akzeptiert. Team's Legit. Alter, wer schreibt den Controller, Alter? Hä? Das Ding heißt Gamepad. Äh. Das sei nicht so ein Faggot, du Faggot. Zwei von drei Leuten haben es ja raten. Also war es wohl korrekt. Das ist ein ovaler, grüner Kreis. Das ist ein grünes Oval mit... Äh. Ne, ehrlich gesagt habe ich es jetzt aufgegeben. Grünes Oval mit Propeller dran und dann wird es zu Boom. Und dann wird es zu Lina. Und, und, äh... Oh, komm, ihr Faggots. Leave, Baum. Ah. Das Grüne verwundert uns irgendwie, Baumy, glaube ich. Ich denke mal, darauf kommt es gar nicht an, aber... Ach, komm, ihr Faggots. Äh. Handgranate. Ja, ich muss nur noch richtig schreiben, ne? Und ihr hast wirklich Handgranate geschrieben. I'll catch a grenade for you. Also, ich schreibe... Das Lied, das ist ja an manchen Stellen, das ist ja ganz so... I'll catch a grenade for you. Macht ja Sinn. Okay, weißt du, ich fang die und dann kriegst du die... Ja. I'll jump in front... I will jump in front of a train. Das bringt gar nichts. Das bringt einfach nichts. Weißt du, was passiert? Wenn du vor dem Zug hiffst, seid ihr beide tot. Ja, aber dann seid ihr zusammen. Ja, im Tode vereint. Ist doch schön. Ähm. Ah, Mann. Nigger, Apple. Ganz ehrlich, du benutzt viel zu oft dieses Wort. Nigger oder Apple? Beides. Apple. Ich weiß nicht, was das sein soll. Soll dir dein Nigger noch ein Apple? Ach, ein Tomato. Ich hab's jetzt britisch geschrieben, das hat aber auch anerkannt mit einem E am Ende. Ja, das war Rotten Tomato. Und... Ich meine, das zeigt schon mal ganz klar, wer hier der Jodoswag in Nigger ist. Ja, mit genauso vielen Punkten wie ich. GG. Ich hab gerade mit sechs Punkten Abstand gewonnen. Das interessiert gerade, weil davon gibt's keine Aufnahmen. Ha! What? Ach, wir berufen uns auf das althergebrachte Prinzip des Internets. Pics, so it didn't happen, oder was? Ja, natürlich. Alles klar. Gut. Dann bleib ich halt der moralische Sieger. Das ist mir auch genug. Problem. Gerne. Du bist nicht wie dein eigener moralischer Sieger. Auch das ist mir genug. Okay, das ist irgendwie ziemlich schräg.